Die ganze Familie aufgestellt, eingeteilt in wichtig und nicht wichtig. Besuchstechnisch wichtig. Ich möchte, dass wir uns da ein bisschen organisieren, damit wir da konform gehen. Wichtig sind deine Mutter, dein Vater, meine Mutter, mein Vater. Dann deine Großmutter, ist die wichtig? Entschuldige? Nicht doch nicht wichtig. Wieso denn? Wenn die doch nichts mehr mitbekommt, kriegt die überhaupt mit, dass Weihnachten ist. Für mich ist sie wichtig. Na gut, dann ist sie halt wichtig. Und wer sind die Zweiter? Das ist mein kleiner Niki. Und wer noch? Seiner Mutter, die Hannelore. Ich möchte wohl, dass deine Ex diese Hannelore nicht wichtig ist, oder? Ja, aber das nur abholen dauert mindestens wieder eine Stunde. Ja, dann fahren wir halt eine Stunde früher von deinem Vater und deinem Bruder weg. Jetzt hol meine Schwester raus. Ja, aber geht sich das überhaupt aus? Weil um 6 Uhr kommt ja schon der Niki. Was? Ja, der feiert doch heuer mit uns. Oh Gott, das habe ich jetzt total vergessen. Ja, den bringt die Hannelore. Was, die bringt den auch noch her? Ja, entschuldige, der Niki ist ein Kind, der kommt aus Wiener Neustadt, die bringt den hierher. Deine Ex am Heiligen Abend hierher, weil meine Mama auch da ist. Spinnst du? Na ok, dann fährst du halt inzwischen mit deiner Mama und mit der Anja zu deiner Oma. Inzwischen bringt die Hannelore den Niki, ich wickele die Hannelore weihnachtlich ab, die fährt wieder und du kommst mit der Mama und der Anja wieder nach Hause. Ja, aber meine Mama war da schon am 23. bei der Oma. Da fährst du halt am 24. noch einmal und sagst, das ist schon Silvester, das kriegt die eh nicht nicht. So, jetzt habe ich noch ein Problem. Das sind die zwei da. Wer? Das sind die Eltern von der Hannelore, die wollen den Niki auch sehen. Ja, sollen sie doch, ist uns doch egal. Ja, aber ich muss ja auch dahin, da sind ja meine Ex-Schwiegereltern. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, aber es geht doch um den Niki. Ich höre immer nur Niki, Niki, Niki. Du weißt aber schon noch, dass wir eine Tochter haben, ja? Ja, da steht sie da praktisch als Bildungstürmer. Da, da, da. Ich fahr mit der Anja am 24. vormittags zu meiner Schwester, ja? Und währenddessen kannst du mit dem Niki und deiner Hannelore zu deinen Ex-Schwiegereltern fahren, ja? Hau wir es jetzt, 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 hau wir es jetzt. Geh, wen hast du denn noch in der Hand da? Ist das am Ende dein Vater gekehrt, enttäuscht? Das ist mein Papa! So, wo ist dein Papa doch? Da, deine Oma, in den Köbel! Jetzt gib den ganzen Köbel her! Was, was, hey, hey! Die ganze Verwandtschaft, die kann mir mal! Hey! Ja, aber der Niki! Wen da ham die Weihnacht, nur a Schererei macht, wär ma uns jetzt übert Häuser hau! Mutter, Kind und Vater, flieg mit dem nächsten Chatter, weil wir gehen bis der Globus schau'n. Ja, wenn das Christkind kommt, sind wir schon weg.